Hallo zusammen, willkommen zurück zu den bunten Knoten und Wissenswerten, was damit zusammenhängt. Ihr seht hier ein Band, das ich angefangen habe und das war ein Test. Das heißt, sämtliche Fäden habe ich auf 3 Meter Länge, das heißt 6 Meter eigentlich, weil ich hier geschlossen eingehängt habe. Also jeder einzelne Faden ab hier war 3 Meter lang. Und ihr seht, hier sind die Roten kurz und die Weißen und Blauen sehr lang. Ich habe also von diesen 3 Metern für dieses Stück Band nur ein zu ca. 1,50 Meter von diesen Farben gebraucht, aber fast 3 Meter von dem Roten. Und da komme ich auf die Schwierigkeit zurück, die eben das Ausrechnen der Fadenlänge betrifft. Es kommt immer auf die Breite des Stücks an. Die Anzahl der Knoten ist wichtig. Gut, nachdem ich nun die unterschiedliche Länge der Restfäden festgestellt hatte, habe ich mir den Spaß gemacht und habe Knoten gezählt. Und habe ausgerechnet 35 Weiß, 31 Blau, 55 Rot auf so eine Mustersequenz wie hier. Die hat sich zwölfmal wiederholt, also habe ich 1452 Knoten gemacht. So, Pi mal Auge. Da kann man natürlich sehen, dass allein schon bei dieser Rechnung die roten Knoten bei weitem überwiegen. Und hier bei der Aufzählung zwölfmal, zwölf Musterpartien hatte ich, kamen dann 422 vom weißen Knoten raus und 372 von den blauen Knoten. Dafür 660 von den roten. Also allein schon fast das Doppelte eben wie das Blau. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass dann diese Anzahl Knoten wesentlich mehr an Garnstrecke braucht als das andere. Also kann man, wenn man ein Muster machen möchte, eigentlich nur Pi mal Auge entscheiden. Es sei denn, man hat schon einige Arbeitsstücke mit demselben Garn gemacht und kann sich dann da wenigstens in etwa ausrechnen, wie viel Garn nötig ist. Auf jeden Fall, wenn man eine Knotenstrecke abzählt, einen Musterblock abzählt, hat man zumindest dann schon mal eine Übersicht, dass wenn eine Farbe doppelt so oft vorkommt als die anderen, dass natürlich der Faden dann doppelt so lang sein muss. Was jetzt Anfang und Ende eines Stückes angeht, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mit Verlängerung zum Beispiel durch Stoff oder durch Leder kann man Enden schön versäubern oder wie hier, man kann es einhängen und hier habe ich einen Versuch gemacht, hier habe ich einen Versuch gemacht mit einem gewebten Ende. Warum das? Gerade bei diesen Schließen ist es ein Problem, die verstellbar zu machen, wenn das Werkstück so dick und steif ist. Dann bekommt man das kaum durchgefädelt und auch bei diesen Leiterstücken, die es als Verschluss, als verschiebbaren Verschluss gibt, da entsteht auch das Problem, dass manchmal die Knotenstücke zu dick sind. Also muss man variieren, man muss ein bisschen spielen und ausprobieren. Mit viel dünnerem Garn, was natürlich auch entsprechend mehr Arbeit macht, denn da sind dann natürlich auch viele Knoten mehr zu machen auf eine gewisse Länge. Dann wird natürlich das Werkstück etwas dünner. Ich müsste es mit einem halb so dünnen Garn versuchen, vielleicht klappt das dann, aber dann brauche ich ein anderes Muster, eins das breiter ist. Das heißt, ich muss dann das Garn nehmen, eine Probe machen und ausrechnen, wie viele Fäden ich unterbringe, die ich hier einfädeln kann. Es ist also schon ein kleines, ein kleines Brainstorming, das man da machen muss. Aber diese Technik ist wirklich relativ einfach, hat nur den Nachteil, dass man sie nicht verstellen kann. Eine Möglichkeit wäre, wie gesagt, dass man hier das Ende mit einem Lederstück oder mit einem Stoffstück verlängert, also schön zunäht, mit der Maschine zunäht und dann daraus entsprechend einen Teil des Bandes hat, mit dem man eine verstellbare Möglichkeit herricht. So, kommen wir nun zum nächsten Problem, nämlich die vielen Fäden, die man verarbeiten muss und das Verlängern der Arbeitsfäden, wenn es mittendrin, mitten in der Arbeit, dann beendet ist und kein weiterer Faden mehr da ist. Ich habe in dem Buch, das ich euch im letzten Film vorgestellt habe, schon gesagt, da steht drin, verkleben. Da bin ich aber nicht so dafür. Wenn man was bastelt, ist das okay, aber für diese Arbeit würde ich das nicht empfehlen. Ich mache das folgendermaßen. Ich habe mit einer etwas dickeren Nadel hier den Faden in einen Knoten eingefädelt. So, einen Knoten. Das geht etwas hart, aber man kriegt einen ganzen Faden durch. Und dann drösele ich den Faden auf, teile ihn, je nachdem, wie dick der Faden ist und wie viele kleine Fäden damit verbunden sind, in zwei oder drei Teile. Dann kann ich eine dünnere Nadel nehmen, am besten eine stumpfe, klar, oder bei Spitzen ist meistens die Öse sogar etwas größer und kann dann drei Teile beziehungsweise zwei Teile bequem auf der linken Seite verstechen. So, dreimal, viermal reicht voll aus. Ist zwar eine Sisyphus-Arbeit, gerade wenn man viele Fäden zu verwahren hat, aber es ist eine sehr sichere und saubere Sache. Also keine Klebestellen, die irgendwie unschön aussehen oder ein Werkstück noch steifer machen. So, und damit habe ich das Teil schon verwahrt und mache das mit diesen zwei Fäden genauso und dann ist das sauber verarbeitet. Und ihr seht, dass das sehr schön funktioniert. Natürlich kommt man mit dicken Nadeln nicht so gut durch. Das ist klar, da die Knoten doch recht stabil und fest sind. Aber so kann man das sehr gut machen. Und genauso gut geht das auch, wenn man Fadenteile anlängen muss. Will ich einen Knoten, wenn der Faden all ist, wenn der leer ist und ich nicht weitermachen kann und brauche noch viele Knoten und will da einen neuen Faden anbringen, geht das folgendermaßen. Ich nehme den alten Faden nach einem Knoten. Das muss natürlich dann ein Teil des ganzen Werkstücks sein, wo man so eine Folge hat, mehrere Folgen hat, von der gleichen Farbe, mindestens zwei oder drei. Dann lege ich den Faden zurück. An der Stelle war der und einen neuen ein. So, und beides, dann mache ich einen kleinen Knoten, beides wird dann hier festgesteckt und gesichert. Gut, und das ist alles, was man braucht. Dann nimmt man den neuen Faden und macht den nächsten Knoten, der in der Vorlage dann zu arbeiten ist. Und wenn der Knoten sitzt, der erste Knoten sitzt, dann ist der ganze Fadenteil gesichert und dann geht es zum Schluss, genauso wie beim Anfang und Ende. Wenn ich das so habe, dann mache ich meinen Halbeknoten auf, drösel die Fäden auf und verwahre sie so, wie ich es eben gezeigt habe, mit dem einen Faden. einfach mit einer dünnen Nadel an drei, vier Stichen, mehrere Portionen und weg ist das. Man sieht also so gut wie nichts. Ich muss das hier mal versuchen rauszufinden, wo das war. Gut, also hier ist eine Stelle. Hier ist eine Stelle mit sogar mit drei Fäden, die ich verwahrt habe. Da waren drei all und hier habe ich einmal verknotet, um zu sehen, wie das wirkt. Aber damit bin ich nicht ganz zufrieden. Also das Verwahren ist mir dann eine sicherere Sache. Jo, und da wären wir schon am Ende. Alle Fäden verwahrt. Sieht sauber aus, passt und ich werde sie für einen guten Zweck spenden. Mal sehen, ob der Tierschutz sich darüber freut. Und weil ich jetzt meinen Tisch für Nudelbereitung brauche, zeige ich euch nur ganz kurz, was als nächstes kommt. Im nächsten Clip nämlich dieses Muster. So, das hier. Dieses Muster mache ich mit dünnerem Gang und was alles da zu beachten ist beziehungsweise wo die Faltstricke liegen und wie man das bewerkstelligen kann. Das zeige ich euch im nächsten Clip. Und bis dahin sage ich Tschüss, bleibt mir treu, viel Spaß weiterhin beim Werkeln und ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Film weiterhelfen. Tschüss denn! Und dann wie ich